so guten morgen ein neuer tag ist da was bedeutet der letzte shop aus season 10 ist da heute wird also heute abend soll season 11 kommen wir sind einfach mal gespannt ob es wirklich kommt das event findet definitiv statt aber die frage ist natürlich auch kommen neue aufgaben wir werden natürlich gucken ich werde natürlich auch da sein weil ich natürlich auch für euch schnellstmöglich alle aufgaben machen will und euch natürlich auch zeigen will wie sie genau funktionieren wie in season 10 habe ich euch wirklich jede aufgabe hochgeladen die überhaupt da ist erstmal danke dafür für die ganzen kommentare und hat man nicht gesehen natürlich auch danke an die 493 abonnenten zurzeit ihr wisst ja noch sieben abonnenten dann haben wir die magischen 500 erreicht dann bekommt ihr auch schon wieder eure lasst mich lügen zehnte zahl müsste es sein ja zehnte zahl unten vom passive code für alle neuen die wissen wollen wie das mit dem passive code funktioniert einfach unten in der video beschreibung gucken da ich ein extra video gemacht wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre wie das mit dem code funktioniert aber jetzt gehen wir erstmal rein in den letzten season 10 shop da hat sich am letzten tag hauen die nichts neues raus ich würde sagen wir gehen dann einfach mal rein gucken was alles da ist so paradigma ist immer noch da sache sind zehn verschiedene arten im prinzip nun zwei farben einmal in blau also so blau silber sage ich jetzt mal und einmal in silber silber schwarz und halt jedes mal ein anderes gesicht deshalb haben wir halt die zehn varianten so dann haben wir immer noch das willkommen schild und natürlich auch das hate schild um hier immer noch eins von zehn steht muss man auch meinen erklären erzählen war es gibt es nicht das wäre es ja auch noch zehn varianten von dem schild wie das gesicht aussieht so des weiteren haben wir den spray ranger ihr kennt mich ist für mich ein 08 15 skin einfach nur eine maske die tarnung kennen wir auch schon also in dem sinne auch nichts besonderes dann haben wir allerdings die panda beauftragte wieder drin mit passendem rücken accessoire finde ich eigentlich ganz nice aber mir gefallen diese kostümen dinger da irgendwie nicht so richtig so dann haben wir noch drin wukong den hatte ich zum beispiel mein sohn gekauft so toll finde ich allerdings jetzt auch nicht weil wenn man die maffen hinten anguckt ja es halt erädelt den besten skin ever von montana man kennt ihn aber so richtig toll ja man kann ihn sich können aber halt wirklich umgerechnet fast 20 euro wert ist sei mal dahingestellt so dann haben wir natürlich noch die passende spitzhacke dazu die noch mal zusätzlich 12 euro wert ist muss jeder für sich selber entscheiden so dann haben wir immer noch die ganzen batman sachen aber ich denke mal die werden sich heute auch verabschieden aus dem shop die musik man kennt sie aus all meinen videos so dann haben wir catwubben immer noch drin mit dem passenden rücken dann haben wir noch natürlich die passenden spitzhacken also die katzen krallen in dem fall der bad gleiter der passen meinen augen auch nur zu den batman geschichten für andere skins naja so dann haben wir aber noch mal bis drin die habe ich noch nie im shop gesehen nicht dass ich wüsste ist ja so eine og western zukunft so gott wie soll man jetzt mal ohne quatsch versucht man diesen skin irgendwie zu erklären in welche zeit passt die rein die hat irgendwie von allem was aber so an sich der stil ist eigentlich echt cool der skin an sich gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut das ist halt so eine mischung aus irgendwie allem ein bisschen roboter bisschen western ein bisschen gangster auch die ohrringe dann der revolver das kind ist so eine mischung aus fortleid einfach simpel fortleid so dann haben wir noch die sumpfjägerin die ich so schroff finde dann haben wir noch das emote klack wie ich ja schon mal gesagt habe wenn da keine musik dabei ist ist es in meinen augen naja dann haben wir shaka da das meine ich da ist die musik dabei und schon wirkt es ganz anders an meinen augen dann haben wir roter zacken warum sie den drin haben wissen sie glaube ich selber nicht und wir haben gleichzeitig noch ansteckend gandalf-style gandalf-style nochmal kurz wie gesagt wir haben alle herausforderungen gemacht alle auch geschafft wir müssen jetzt 8 stunden 51 minuten warten heißt 20 uhr ich denke mal dass du gegen 18 uhr schon 18 19 uhr so einem dreh live gehen werde einfach mal gucken was uns erwartet also wie gesagt gerne ein abo dalassen ihr werdet es nicht bereuen klar heute wird jeder fortleid streamen gucken spielen wie auch immer also in dem sinne würde ich sagen haut rein so ein so ein so der cia Vielen Dank.